Äh, von da hat man gekommen, müssen wir hier weiter. Okay. Ist hier noch was? Nein. Hier? Nein. Ich will nicht, dass er sauer auf mich ist. Ah, na super. Nein. Zack. Und da kommt das hin. Nein. Sehr schön. Komm schon, zeig dich. Zeig dich. Los. Jetzt seh ich den. Piss auch nicht mehr. Guck, da ist wer, da ist wer. Komm schon, zeig dich. Boah, wo stecken die sich wieder hinter dem ganzen Feuer, ja? Ich will dich schreien, hör. Ja, und ich will dich sehen. Boah, jetzt ist... Kannst du an einem Ort bleiben, Junge? Verwurst mich. Ich gebe dir gleich voll in den Arsch. So, das war's für dich. Okay. Das war er, haben wir noch. Jetzt bin ich ja draußen, ja? Wo die ganzen Typen vorhin waren. Was heißt denn vorhin? Vor mir hier hoch sind. Oh, shit. Oh, da ist was, da ist was, da ist was. Schnell knacken. Nein. 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 Das war farbig. Oh, shit. Komm schon. Oh, shit. Komm schon. Vorsichtig. Ich verjucke hier die ganzen Dinger. Das war schon besser. Zärtlich. Ja. Was haben wir? Was leckeres? Oh, toll. Ein verkackter Baseballschläger. Der hat noch nicht mal so viele Fili Brechstange. Super, brauche ich nicht. Inventar voll. Oh, diese shit Messer. Komm schon. Na? Ist doch scheiß aus, oder was? Bis jetzt läuft's gut, ja? Muss ich sagen. Das hat nur Geld. Dann will ich nichts weiter. Sagst du Zeit? Ja, Zeit ist noch gut. Gut, die Mini ist gleich alle. Los. Ja, kippen. Wenn ich hier alles so viel in dem Spiel hätte wie Kaffee und Kippen, ja? Das ist... Ja, das ist... Ja, das ist ja noch so eine Wumpe. So. Aber wir sind ja schlau. Wir haben ja Munition übergelassen, ja? Ja. 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 So ein Dreckspiel. Ach so. Schön, gut. Okay, musst du bloß drüber laufen. Ich hab grad gedacht, das war jetzt... Da kommt es wohl noch zurück und das Zeug ist weg. So, bei dir ist alles fit. Hier ist keiner. Dann gucken wir mal kurz in den Kofferraum. Oh. Sehr schön. Die ist besser als die hier. Ne, die ist gleich stark. Stimmt. Fällt mir jetzt auch grad auf. Und ich hab mir auch noch Muni gehabt. Ne, ist egal. Ne, springt fast. Zulettel gehen können wir nicht. Das wär immer cool, wenn du im Spiel auf Toilette gehen musst. Einfach mal so. Ausrätbeise Sims. Das zählt nicht. Gewehrmunition. Mull. Oh, schön. Und. Nochmal Mull. Das heißt, wir können erstmal gleich wieder zwei Stück machen. Okay. Boah, shit. Shit. Ah, shit fucking car. Schönes, funkelndes Auto. So. Super. Ich kann mit diesen komischen Dings einfach nichts schauen. Zeig dich. Okay. Wo sind die ja? Das war dein Fehler Kommt hierher Kommt hierher Kommt vor Das kommt vor Warum kommt hier nicht vor Warum kommt hier nicht vor Da könnte ich ja schön eine überdrücken Mit der Tonne Na holen wir jetzt einfach die Muni So die haben auch bloß ein paar Ströme wäre Ah Mull Gebäre Pistolen Muni Also jetzt finde ich auf einmal ja Aber ein bisschen Döllefülle Na das wird es bestimmt nicht haben oder rechnen Der Film wurde hier auch nichts mehr So rum geht es ja auch Ah Mist Das habe ich verheirsen Das geht ja auch so rum Die können mich ja auch töten damit Ich gehe mal auf Toilette Ah ist doch immer wieder schön Wenn der Druck nachlässt So back in action Yeah Klettermaxe Schade Hey das ist jetzt echt mal voll Wo ist denn der andere hier Zeig dich Boah es haut rein Zack ist er weg So Einmal kurz Getaped Dann mal hier kurz Muni Komisch Vorhin hatte ich acht Patronen die drinnen waren Die komischen Scheißdinger Die nehmen ja auch an Dings ab Ja Und die kann ich nicht reparieren Na super Naja wir wissen ja Wie man hier vielleicht Wieder reinkommen Was haben wir hier Oh Oh ne ist immer das gleiche Ne Zack Das lief wohl nicht wie geplant Spast So haben wir noch was Nein Wer ist da Wer sind Sie Ruhig Doktor Ich bin's Crane Gott sei Dank Hören Sie Es ist wichtig Auch wenn ich nun Offensichtlich selber in Gefahr bin Darf meine Forschung Nicht mit mir sterben Ihnen passiert nichts Doktor Aber zuerst müssen wir von hier weg Und sprechen Sie leiser Oh Oh Ja Ja natürlich Aber verstehen Sie Meine Daten Doktor Camden braucht sie Darum habe ich Jade die Pakete gegeben Ich weiß Sie wollten das übernehmen Aber sie war gerade zur Stelle Und da es eilte Richt aus Top Zeug Eine Prise falscher Hoffnung Und schon gibt der Herr Doktor Seine Geheimnisse preis Spürt den Skorpion auf Mit allen Mitteln Mit Vergnügen Und die beiden hier Was soll mit denen geschehen Sie werden sie niemals finden Niemals Und ich sage Ihnen nichts Von mir erfahren Sie gar nichts Es geht mir nicht darum Sie zum Reden zu bringen Sondern darum Sie von der Flucht abzuhalten Du sadistisches Arschloch Er ist ein alter Mann Ihr macht euch um sein Knie Und bringt Crane zur Gruppe Nicht schlecht Ja Nimmt die Hand schon fortauf Ich konnte Sarah ausfindig machen Aber als wir uns auf den Weg zurück Zum Turm machen wollten Wurden wir von Rai's Männern überwältigt Ich habe keine Ja wissen wir Wir haben sie gerade erlebt Da habe ich gerade nicht Ich habe keine Waffen und sowas mehr Richtet ihn auf Du Kundejunger Dich haue ich auch noch im Sack Du schlägst dich ein Wie eine Schlange im Gras Crane In einer Stadt der Lügen Bist du der größte Lügner von allem Wovon redest du? Genau Sag's schon du Hund Ja Kontrollverlust Eine typisch amerikanische Eigenschaft Oh, hast du einen Südückel. Der hat wieder Probleme. Ja, super. Ich hab dir grad irgendwas gehört. Na, toll. Man hat ihnen die Sachen abgenommen. Die finden sie in ihrem Versteck. Ich wusste es. Das Gerne ist ja mit so einem übelsten Hammer im Gepäck und der hüpft hier rum. Hoch hier. Oh, lass mich. Hoch, hoch. Lauf, hoch. Böller, Böller, Böller. Gasrohr. Einer erstmal. Böller, die bringen wir doch hier auch nicht. Die scheiß Dinger. Oh, da bringen die mir was? Nee. Oh, ist das niedlich. Ich könnte natürlich. Ich könnte natürlich. Das wär ein Versuch wert. Ich locke die alle dahin. Und mache dann hier mit. Das könnte platten. Nee, damit nicht. Ja. Sehr schön. Das hat schon mal so geklappt, wie ich mir vorsteht habe. Das hat schon mal so geklappt, wie ich mir vorsteht habe. Oh, das kommt Adi-Jaja. Oh, das kommt Adi-Jaja. Die auf mich. Und jetzt habe ich bestimmt keine Wille mehr hier irgendwo, ne? Oh, shit. Und jetzt habe ich bestimmt keine Wille mehr hier irgendwo, ne? Ha, 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 ha. Knallt ganz schön, ja? Für uns. Jetzt auch. Ey, der MbH hängt schief. Ja, Tonnen bringt mir jetzt, glaube ich, hier überhaupt nichts. So, habe ich noch einen kleinen Verirsten? Dich vielleicht? Aber hier? Nee. Aber hier hinten hatte ich welche. So. Ruhe im Karton. Du noch? Reit. Tischbeine. Sehr niedlich. Wille. 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 Stacheldraht. Ja, so was will ich jetzt. Voll. Noch was? Ne. Also, wir sind da hinten noch. So, wir noch. Ja. Ah, sehr schön. Macht Spaß. Lass mich kurz Luft holen. Warte, warte, jetzt kannst du. Weg. Nein. 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 Nicht kurz zu. Nein. Danke. So. Oh, hingefallen. Die Leute werden von deinen Taten hören. Nur schade, dass du dann schon tot sein wirst. Bei wer ist der erbärmliche Versuch, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen? Crane? Zu wenig und zu spät. Eindrucksvoll für eine lebende Leiche. Nein. Wer kommt denn jetzt? Das hier fehlt mir nicht. Ich werde mich verarschen oder was?